Ja, ich habe jetzt zum Abschluss noch ein bisschen deepen Shit mitgebracht. Ja, es ist ein Text über die Ambivalenz von Freiheit und ich werde gleich etwas tun, was vielleicht aus gutem Grund nur ganz selten auf Slam-Bühnen passiert. Ich zitiere Marius Müller-Westernhagen. Das Zitat wird durch Gesang kenntlich gemacht. Da fällt mir aus, ich bin heute den ganzen Tag am Singen. Es tut mir leid. Ja, verpflichtende Freiheit. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Denn du lebst in einem freien Land. Hier herrscht Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Keimfreiheit, außer an Schulen. Dafür gibt es dort Lehrmittelfreiheit im Bundestag, Narrenfreiheit im besten Fall, Versammlungsfreiheit, außer im öffentlichen Nahverkehr auch Ellenbogen- und Beinfreiheit. Und natürlich Wahlfreiheit. Also nicht ganz, denn zu einer wirst du gezwungen. Zur Freiheit. Denn es herrscht Freiheit. Deshalb heißt es auch Pluralismus und nicht Pluralismus kann. Du musst tun können, was du wollen darfst, fang sofort damit an. Es geht nicht um persönliche Autonomie oder selbstbestimmten Spaß am Dasein, sondern um Selbstverwirklichung als Philosophie mit Anschubfinanzierung aus den Phrasen. Sparschwein. Sie sagen, du. Ja, du. Alle Wege stehen dir offen, entscheide dich. Du kannst alles erreichen, außer du versuchst es nicht. Du kannst jeder sein, wenn du nur gut genug spielst. Du bist frei zu gehen, wohin du auch willst und sei individuell. Aber bitte nicht so arg, dass man es gleich sieht. Eben ein ganz besonderer Teil der Normkonformität. Mach etwas aus dir und deinen Möglichkeiten. Und so sitzt du im Glashaus mit blank geputzten Scheiben. Das fühlt sich wirklich fast wie Freiheit an. Und du genießt den Ausblick. Hängst mit der Nase an der Glasfassade dran. Der Horizont riecht richtungsweisend. Doch dein Ohr bedrückt die Stille. Dieses leicht durchschaubaren Raumes, der mehr Bedrängnis als schöner Traum ist. Und alles, was du willst, ist nur ein Steinwurf entfernt. Doch die Angst vor klirrenden Scheiben zwingt dich zu bleiben. Vielleicht. Und auch ganz sicher ist das nur, ja, man auf höchstem Niveau. Und irgendwo in Guantanamo schüttelt einer den kahlrasierten Kopf und fragt, du klagst über zu viel Freiheit? Freiheit, mein herzliches Beileid. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Weil sie in den falschen Händen nicht wirklich etwas zählt. Trotz Handlungsfreiheit kannst du nicht tun und lassen, was du willst. Auch nicht, wenn du in der ersten Klasse spielst. Denn nur weil man dort mehr Beinfreiheit kriegt, darf man nicht nach allem treten, was unter einem liegt. Meinungsfreiheit bedeutet nicht alle zu diskriminieren und zu hassen, die anders sind als du und so nicht in dein Weltbild passen. Und jede künstlich aufgebauschte Sensation ist für die Pressefreiheit blanker Huhn. Bist du schon glücklich, weil du nicht unterdrückt wirst? Oder erfüllst du deinem Ego hemmungslos jeden Traum? Freiheit ist ein Privileg mit Interpretationsspielraum. So sitzt du immer noch im Glashaus, starrst draus, hauchst Atemluft an glänzende Fensterscheiben. Ins beschlagene Matt malst du bange Fragezeichen und weißt nicht, nimmst du dir die Freiheit oder lässt du es bleiben? Unangenehm, so ein Luxusproblem. Und ganz weit draußen, auf offenem Meer, zwischen tosenden Wellen, man versteht ihn nur schwer, schreit ein Mann, in den Äther aus Angst und Hoffnung auf bessere Zeiten, gezwungen mit vielen anderen eine Flucht zu bestreiten. Du klagst über zu viel Freiheit, mein herzliches Beileid! Und plötzlich wird dir klar, wir sitzen nicht alle im selben Boot. Viele unterschreiben per Geburt ihren Vertrag mit dem Chancentod, während Voraussetzungen eine weltweit gleiche Währungseinheit wäre free willy englisch für freiwillig. Und wir hätten echte Wahlfreiheit. Wie alle Ressourcen ist Freiheit dort zu knapp, wo man sie wirklich braucht und dort im Überfluss vorhanden, wo man nicht weiß, wie man sie am besten verschwenden soll. Doch solange Freiheit herrschen muss, um irgendwo zu sein, und Krieg als legitimes Mittel gilt, um Unterdrückte zu befreien, fällt mir für dieses Problem keine gerechte Lösung ein. Naja, vielleicht sollte man sie stürzen, die Herrscherin, und von all ihren Pflichten entheben. Dann könnte zumindest die Freiheit in Freiheit leben. Das wäre ein Anfang, eine Übergangslösung. Aber auch nicht mehr, denn wenn die Freiheit nicht für Ordnung sorgt, will ich nicht wissen, wer. Danke. Ja! 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 Ich свою chose nicht. Ich meine, ja. Untertitelung des ZDF, 2020